Hello, hello! Ich nehme euch heute wieder eine Runde mit durch meinen Tag. Der Liam ist gerade eingeschlafen und deshalb habe ich mir gedacht, nutze ich die Zeit und starte mit einem Vlog. Da habe ich heute Lust drauf und nur ganz kurz vorab, es wird heute eine mega, mega, mega Verlosung in diesem Video für euch geben. Und zwar hatte ich euch ja versprochen, dass ich zu jedem Adventssonntag eine tolle Verlosung für euch bereithalte. Das Ganze ist jetzt mehr oder weniger auf Instagram gelaufen, aber ich habe mir dafür zwei große Verlosungen hier für YouTube, für diesen Kanal überlegt. Und heute ist es soweit. Heute kommt die absolut große Verlosung für euch. Dazu dann mehr im Video. Ich habe jetzt in der Stadt einiges erledigt. Ich glaube, deswegen ist der Liam auch eingeschlafen, weil da draußen die Luft einfach total schön ist, die Sonne scheint. Und das hat ihn doch jetzt recht müde gemacht. So konnte ich einiges erledigen. Und ich schaue die ganze Zeit zu meiner Deko, die überhaupt nicht weihnachtlich ist. Ich kann sie euch mal zeigen. Ja, nichts als die Wahrheit. Die Luftballons von Liams Geburtstag hängen noch. Ja, ich weiß nicht, warum ich das nicht schaffe, das direkt am nächsten Tag abzuhängen. Also es ist wirklich ein Trauerspiel. Aber Weihnachten ist natürlich bei uns hier auch, was die Deko betrifft, eingezogen. Der Tannenbaum, der steht schon eine ganze Weile. Und ich war jetzt gerade im dänischen Bettenlager und habe noch was gekauft. Und zwar eine Lichterkette. Die sieht so aus. Warte, so. Ich finde die total schön. Und ich habe mir überlegt, dass ich die an Liams Tipi mache. Das hat mir der Postbote eben heute Morgen gebracht, bevor ich in die Stadt bin. Und diese Lichterkette, die hatte ich vor ein paar Tagen schon im dänischen Bettenlager gesehen und habe gedacht, dass das vielleicht ganz gut passt. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt erst mal noch ein bisschen was anderes machen. Der Max macht mir das dann hoffentlich zusammen. Das Tipi. Ich zeige es euch. Da liegt es. Ich habe jetzt alles schon bereitgestellt und ich hasse es, sowas aufzubauen. Es ist eigentlich total einfach, logischerweise. Aber ich habe da jetzt echt keinen Bock drauf. Ich mache lieber andere Sachen. Ich muss noch einige Geschenke verpacken. Dann wollte ich für eine Zuschauerin noch ein schönes Paketchen packen. Das hatte ich euch auch mal erzählt, dass ich immer wieder mal jemanden anschreibe. Ja, und einfach auch was zurückgeben möchte. Gerade die, die wirklich immer mit am Ball sind, immer schreiben, immer Feedback geben. Das finde ich einfach total schön. Und deswegen mache ich da heute mal wieder ein Paketchen zurecht. Ansonsten hat der Liam neue Schuhe bekommen. Yay! Endlich ist auch dieses Thema mal vom Tisch. Es wurde Zeit. Also das war ja irgendwie gefühlt eine schwere Geburt. Ich wollte ja eigentlich in Italien kaufen. Das hat dann aber nicht geklappt. Und die hier, die hatte ich schon gesehen, bevor ich nach Italien geflogen bin. Hier in einem Fachgeschäft. Die gibt es auch noch in blau übrigens. Und jetzt ist es endlich soweit. Die sind auch gefüttert. Und die sind eben genauso, wie ich das erste Paar Schuhchen haben wollte. Ganz weich. Und ja, ich finde, das ist halt so ein delikates und wichtiges Thema. Gerade das erste Paar Schuhchen. Also nicht nur das erste Paar Schuhchen, sondern generell Schuhe für Kinder. Da sollte man wirklich darauf achten. Auf jeden Fall in ein Fachgeschäft gehen, sich beraten lassen, den Fuß ausmessen lassen und so weiter. Und das war mir halt total wichtig. Und die hier sind es jetzt geworden. Und er ist total süß, wie er hier durch die Gegend stopft. Und der wackelt so durch die Gegend und ist total stolz, dass er da jetzt läuft. Und das ist so süß mit anzusehen. Ja, wir sind übrigens von Ricosta. Und ich habe dafür, wartet, ich sage es euch, 59,95 Euro bezahlt. Schuhgröße 21. Also für alle, die es eben interessiert. Ja, und ansonsten würde ich sagen, lege ich hier jetzt mal los. Wie gesagt, ich nehme euch mit. Eine Runde. Vielleicht dient es ja so ein bisschen zur Entspannung. Ich weiß jetzt gerade, kurz vor Weihnachten hat ja jeder unglaublich viel zu tun. Die letzten Tage sind einfach total anstrengend. Aber ich mache mir zum Beispiel überhaupt gar keinen Stress. Da bin ich auch ehrlich. Gut, jetzt habe ich vier schon etwas größere Kinder, die einfach auch sagen können, was sie sich wünschen. Und ja, dass jetzt nicht mehr so eine Rennerei ist. Und ja, ich verpacke das dann natürlich alles. Ich lege dann wieder eine Nachtschicht ein. Damit habe ich auch überhaupt gar kein Problem. Aber ich tue mir wirklich diesen Stress an Weihnachten einfach nicht an. Und genieße da jede Sekunde mit den Jungs. Und ja, weiß auch gar nicht, auch in den Geschäften. Man merkt das total, wie gestresst die Leute sind. Dann haben sie keine Geduld an der Kasse. Dann rennen sie wieder raus, weil irgendwie viel los ist. Und das hatte ich gestern, das Erlebnis bei der Post. Und ich dachte mir ja, also an solchen Tagen sollte man doch ein bisschen mehr Zeit einplanen, wenn man unterwegs ist. Und dann vermeidet man auch innerlichen Stress. Und innerlicher Stress ist definitiv nicht gut. Ja, man sieht es auch an meinem grauen Haaransatz. Es kommen die grauen Haare, obwohl ich mich ja nicht stressen lasse. Aber ich muss wieder zum Friseur. So viel zum Thema, warum ich meine Haare immer so ein bisschen verstecke. Nur, dass ihr da auch schon mal Bescheid wisst. Das ist ein kleiner Trick. Ich mache mir die dann so hoch, damit ihr quasi meinen Ansatz nicht seht. Aber jetzt wisst ihr es. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen gequatscht mit euch. Guten Morgen. Jetzt hast du aber nicht lang geschlafen. Ein paar Minuten hast du jetzt hier nur geschlafen. Komm, Jacke aus. So, ich habe jetzt gerade den Lien frisch gemacht. Und vielleicht dient das Video, wie gesagt, als kleine Entspannung zum Runterkommen. Und ich mache jetzt nochmal ein bisschen Wäsche. Habe ich heute Morgen schon angefangen. Deswegen steht da auch der Wäscheständer. Also was heißt angefangen? Ich habe Wäsche aufgehängt, beziehungsweise wieder abgehangen. Und eine Waschmaschine angemacht, die jetzt eben fertig ist. Und das hänge ich jetzt auf. Ihr wisst ja, ich benutze ungern den Trockner. Und die Kinder, die wünschen sich heute Linsensuppe. Und das mache ich jetzt auch noch schnell. Und dann muss ich, wie gesagt, ein paar Geschenke einpacken. Und ja, was halt so immer anfällt und gemacht werden muss. Als Mama einer Großfamilie. Ja, das muss man ja so wirklich sagen. Okay, der Liam, der spielt jetzt hier gerade ein bisschen auf dem Boden. Und deswegen hänge ich jetzt die Wäsche auf. Ja, was denn? Dankeschön. Hast du deine Giraffe auf den Boden dahin geworfen? Das ist aber nicht schön. Arme Giraffe. Die kommt doch hier hin. Komm, wir stellen die dahin. So, und das hast du ausgepackt, ne? Das von der Gösle. Das ist nichts für dich. Magst du es da hinstellen? Magst du es da hinstellen? Ja. Mettilo hier. Bravo. Bravo. E adesso? Was machst du jetzt? Bravo. Genau. Bravo. Okay. Magst du dir nicht aufhaben? Ja? Okay. Passt dir nicht so als Deko? Bier. Da ja, Mama. Bravo. Mit der Mucki. Mit der Mucki. So. Ja. Schau mal, da kannst du deinen Ball drauf tun. So. Hm? Dankeschön. Dankeschön. So. Wird auch Zeit, dass das hier aus dem Zimmer verschwindet. Denn jetzt passt es nicht mehr, ne? Als Baby hat es gepasst als Deko. Aber jetzt ist es ja nicht ideal für Kinder zum Spielen. Komm, das bringen wir weg. Hm? Das bringen wir weg. Komm. Liam, spiel lieber mit mir. Ich bin doch deine Giraffe. Genau. Gib ihr mal einen Kussi. Kussi. Hier. Kuss. Komm. Komm, wir spielen mit der Giraffe. Miani. Miani, Liam. Willst du dich draufsetzen? Komm, setz dich mal drauf auf deine Giraffe. Oh. Die ist aber schwer, die Giraffe. Ja, die ist schwer, ne? Binsensuppe ist fast fertig. Und das Wasser kocht. Es gibt nämlich Nudeln dazu. War ja klar, oder? Wir wollen jetzt dein Tipi aufbauen. Da musst du mal ganz kurz auf die Seite gehen. Miani. Ey. Genau. Setz dich mal dahin, da kannst du uns zuschauen. Da kannst du uns zuschauen, ne? Da kannst du uns zuschauen, ne? Genau. So, also. Und noch eins. So. Jetzt andere, ich glaube, wir müssen das jetzt so hier, beziehungsweise andersrum. Genau. So rum. So drauf machen, oder? Okay. Also pass auf, jetzt müssen wir uns hier so durchstecken. Hast du auch einen? Ja. Genau. Oder die haben wir einen Schluck auf. Ich weiß. Scheinbar nicht von unten, sondern von oben. Boah, ich hasse es. Ich hasse es, Sachen zusammenzubauen. So, warte mal, wir müssen auch gucken, dass die Löcher, ja, unten und oben sind. Hilfe. Ja, nur für dich, ne? Dass du ein Tipi hast. Ja, ich hasse es. So, so, jetzt. Genau. Oh mein Gott, wie wir uns anstellen. So, jetzt. Gut, perfekt. Gut. Hä? Aber wir lesen uns das lieber nochmal durch. Ja, wir lachen gleich, wenn wir es verstanden haben, wie es richtig ist. Okay, ich glaube, man kann ganz gut erkennen, dass ich es hasse, Sachen zusammenzubauen, obwohl es so easy scheinbar ist. Bekommen sie einfach nicht hin. Es sieht richtig schrecklich aus. Aber der Liam hat gerade schon seinen Spaß und ist hier beschäftigt. Keine Ahnung, wie das eigentlich richtig geht. Da oben fehlt nämlich auch ein Loch in diesem Stabdingens. Na, wir warten jetzt doch lieber auf den Max. Also so sieht es eigentlich aus. Aber nur nicht bei uns. Vor allen Dingen kann ich hier unten das auch gar nicht befestigen. Ja, wie gesagt, der Liam hat Spaß. Hier, da fehlt nämlich quasi, ja, die Möglichkeit, das so festzumachen und zu spannen. Vor allen Dingen, das ist halt... Ihr wisst, was ich meine. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich mache was anderes. Ja, die Mama kann das nicht. Kann die einfachsten Sachen nicht zusammenbauen. Aber Hauptsache schöne Deco gekauft. Ja, naja. Okay, wir warten auf den Max. Ich zeige es euch dann entweder heute noch oder dann halt im nächsten Video. Ich glaube, der Max, der hat heute lang Uni. Ja, naja. Dann mache ich mal hier weiter. Und zwar mit meinem Paketchen für eine Zuschauerin, hatte ich euch ja schon gesagt. Ich habe schon alles bereit gelegt. Und zwar wird sie das hier alles von mir bekommen. Ich freue mich schon. Ich mache ihr das jetzt noch schön zurecht. Hier habe ich auch schon ein bisschen Streumaterial zurechtgelegt. Und hier noch ein Karton. Und in den Karton hier kommen jetzt auch noch Sachen von der Verlosung, damit ich das dann alles zusammen zur Post schaffen kann. Es ist ja bei uns immer voll die Zucht, zur Post zu fahren, ne? Deswegen versuche ich jetzt die zwei Pakete fertig zu machen und es dann in einem Rutsch quasi wegzubringen. Ja. Check. Bravo. Auch wenn wir es nicht hinbekommen haben, ne? Der Max hilft uns dann. Bravo. Viele hatten mich auch noch gefragt, für welches Outfit ich mich denn für Liams ersten Geburtstag entschieden habe. Ich hatte euch in meinem letzten Blog ein Outfit gezeigt, das ich eben hier bei uns im Ort gekauft habe. Das hat aber den Jungs leider gar nicht gut gefallen. Die wollten definitiv was Schickes haben für ihren Bruder. Und deshalb habe ich dieses Hemd hier gekauft bei Zara zusammen mit dieser Hose. Passend dazu die Hosenträger, eben wegen der Farbe zu diesem Hemd. Das ist auch wirklich total schön. Ich hoffe, dass ihr es gut erkennen könnt. Hier auch, da hat es noch das Detail zum Beispiel. Und die Fliege, die hatte ich noch. Die war an einem Hemd von Steif. Und das kann man dann quasi einfach hier so dran befestigen, an einem Knopf. Ne, so. Und dann hat das Kind quasi eine Fliege. Jo, soviel zum Outfit. Also das ist auch noch aktuell bei Zara mit Sicherheit erhältlich. Also falls es euch gefällt, das war Liams Outfit zum ersten Geburtstag. Das Video dazu, das kann ich euch ja gerne mal verlinken. Meine Lieben, wir kommen jetzt wie versprochen zur Verlosung. Wir haben es jetzt ein paar Tage später. Ich habe mich nämlich am Finger verletzt. Ja, es sieht jetzt nicht so professionell verbunden aus. Ich habe es selbst gemacht. Ja, ich bin jetzt nicht so der Pro. Wir gehen jetzt rüber. Hier kommt jetzt auch gleich noch was zur Verlosung. Aber wir gehen jetzt mal rüber zum Tannenbaum. So, jetzt sind wir hier am Tannenbaum. Ich muss ein bisschen flüstern. Der Liam ist eingeschlafen. Ich habe heute Morgen auch schon ein paar Pakete eingepackt. Werd es natürlich hier alles noch schön drapieren. Klar, hier sind noch zwei Pakete für euch. Und zwar habe ich diesen Staubsaugroboter und diesen Airfryer, natürlich auch nagelneu, auf Instagram für euch verlost. Die Verlosung ist noch nicht zu Ende. Also, falls ihr da noch mitmachen möchtet. Und jetzt, wie versprochen, die große Verlosung. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, diese Nintendo Switch Lite zu gewinnen. Natürlich auch nagelneu mit diesen drei Spielen hier. Und es ist total einfach, wenn ihr teilnehmen möchtet. Dann schaut gerne mal bei meinem letzten Video vorbei. Und zwar spiele ich da mit dem Max das neue Spiel, das ab 3. Januar erhältlich ist. Also, Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Total lustig. Schaut da auf jeden Fall vorbei und kommentiert, falls ihr eben diese Nintendo Switch Lite mit den drei Spielen gewinnen möchtet. Und natürlich geht es an die Abonnenten meines Kanals. Also, abonnieren nicht vergessen. Und ich werde dann hier jetzt später alles noch schön, wie gesagt, drapieren und zeige euch, was ihr noch gewinnen könnt. Dazu müssen wir jetzt aber nochmal zum Esstisch. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, was Wunderwunderschönes von Leonardo zu gewinnen. Ich habe es jetzt hier schon mal auf den Tisch gestellt. Meine Vase und mein Windlicht kennt ihr ja schon. Ganz, ganz viele fanden das Wunderwunderschön. Und deshalb habe ich mir gedacht, ist es eine gute Idee, wenn ich eine Vase an euch verlose. Hier ist sie drin. Ich finde die wirklich Wunderwunderschön. Und die sieht einfach so edel aus. Ich habe sie ja auch jetzt des Öfteren schon da auf dem Boden stehen gehabt. Was natürlich ein bisschen gefährlich ist mit dem Liam. Aber auch hier auf dem Tisch sieht sie, wie ich finde, auch Wunderwunderschön aus. Und noch dazu habt ihr die Möglichkeit, ein paar wunderschöne Ohrringe zu gewinnen. Das hier sind meine. Und die kamen auch sehr, sehr gut bei euch an. Und deshalb habe ich sie eben auch noch einmal für euch hier. Ja, wie gesagt, ihr könnt die jetzt auch gewinnen. Die nennen sich Lia. Und ich wollte euch noch Bescheid sagen, dass es die Ohrringe Alba, das sind meine, auch wieder im Shop zu kaufen gibt. Also die waren ja sehr, sehr lange ausverkauft und da waren viele von euch sehr traurig. Weil da sehr viele traurig waren, dass sie eben nicht mehr im Shop erhältlich waren, wollte ich euch einfach nur ganz kurz Bescheid sagen, dass sie jetzt eben wieder im Shop erhältlich sind. Die nennen sich Alba. Und ich kann jetzt gerade leider gar nicht einfangen, wie wunderschön sie eigentlich in Wirklichkeit sind. Es wird nämlich immer dunkler draußen. Aber falls euch sowas interessiert, könnt ihr ja gerne mal bei Leonardo vorbeischauen. Ja, und um die Ohrringe und die Vase gewinnen zu können, schreibe ich euch am besten alle Infos mal unten in die Infobox. Da könnt ihr vorbeischauen. Und jetzt verabschiede ich mich von euch hier mit meinem lädierten Finger, was echt total witzig aussieht. Und wünsche euch natürlich nur das Allerbeste und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.